Es kann sein, dass es rund um deine Operation ganz schön trubelig zugeht. Viele Sachen werden ratzfatz entschieden und sobald die Ärztin oder der Arzt euch erzählt, was gemacht werden soll, geht es manchmal auch schon direkt los. Und hier in diesem Video nehmen wir beide uns da mal ein paar Minuten Zeit. Ich würde dir nämlich gerne erzählen, was genau am Tag der Operation passiert. Also deine Eltern sind die ganze Zeit da, egal ob du am Tag der Operation schon im Krankenhaus liegst oder noch zu Hause bist. Bis zur Operation darfst du auch alles ganz normal machen. Du kannst spielen, du kannst Musik hören oder du kannst auch irgendwelche Bücher lesen. Du kannst puzzeln, mit Mama und Papa reden, ein bisschen rumlaufen, so wie du möchtest. Nur essen und trinken. Das darfst du direkt vor der Operation nicht. Dein Bauch soll nämlich ganz leer sein, denn der schläft während der Operation auch. Und die Ärztinnen und Ärzte sagen dir vorher ganz genau, bis wann du noch etwas essen und trinken darfst. Meist kannst du am Abend vor der OP noch mal richtig reinhauen und am Morgen, bevor es losgeht, dann noch ein Glas Wasser trinken. Wenn es dann in den Operationssaal geht, darfst du dein allerliebstes Kuscheltier mitnehmen. Das ist dann immer mit dabei. Du wirst dann mit deinem Bett, dem Kuscheltier zusammen natürlich, dahin geschoben, wo du operiert wirst. Deine Eltern dürfen auch bis zur Tür mitkommen. Aber alleine bist du natürlich danach trotzdem nicht. Ab da ist immer einer von dem OP-Team an deiner Seite, der oder die die ganze Zeit aufpasst, dass es dir gut geht. Sie oder er hat auch einen speziellen Namen und zwar Anästhesistin oder Anästhesist, heißt Narkoseärzte. Also diese Narkoseärztinnen und Ärzte und Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger haben eine ganz wichtige Aufgabe. Sie helfen dir, die OP zu verschlafen. So, endlich mal was verschlafen. Während der Operation wirst du nämlich tief und fest stummern und überhaupt nichts merken. In den meisten Fällen setzt die Ärztin oder der Arzt dir dann eine solche Maske auf. Vorher über die kannst du dann, da sind dann noch andere Schläuche dran, über die kannst du dann so einatmen. Und du atmest dann quasi mehr oder weniger normale Luft ein. Und da ist dann noch ein Medikament mit dabei, das so müde macht, dass du eingeschlafen bist, bevor du bis 10 zählen kannst. Und glaub mir, ja, das geht wirklich so schnell. Ich habe das ja auch schon mal erlebt. Ich glaube, ich habe es so bis 5 geschafft. Weiter aber auch nicht. Sobald deine Augen zugefallen sind, bekommst du zusätzlich über einen ganz kleinen winzigen, weichen Schlauch, das ist ein sehr weicher Schlauch, der mit deinem Arm verbunden ist, weitere Medikamente. Den Schlauch bekommst du meistens schon vorher auf der Station dann in den Arm gelegt. Die Medikamente machen lauter gute Sachen für dich. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass du keine Schmerzen hast, also dass dir nichts weh tut, wenn du dann aufwachst. Aufwachen wirst du übrigens nicht dort, wo du eingeschlafen bist. Warum? Nach der OP, während du noch schläfst, schieben die Ärztinnen und Ärzte bzw. das Team dein Bett in einen anderen Raum, wo gut auf dich aufgepasst wird. Du kannst dann so lange schlafen, wie du möchtest. Ich habe dir bereits gesagt, du darfst endlich mal alles verschlafen. Und wenn du dann aufwachst, sind meistens auch schon deine Eltern da. Das heißt, du bist dann wieder wach, sitzt vielleicht im Bett oder liegst dann noch, kuschelt sich dann natürlich dabei. Und manchmal kann es natürlich auch sein, dass du noch einen Augenblick auf sie warten musst, aber sie kommen auf jeden Fall. Und wenn du sie siehst, kannst du erstmal ordentlich entspannen. Denn Entspannung hilft auch gegen Schmerzen, zusammen mit den Medikamenten. Und bevor ich es vergesse, dein Kuscheltier, das wartet ja auch schon dort auf dich, wo du aufwachst, ist dann quasi immer mit dabei. Und genau wie deine Ärztinnen oder Ärzte, die dafür sorgen, dass du auch nach der Operation möglichst keine Schmerzen hast, ist dann quasi das Kuscheltier dabei. So, es könnte übrigens sein, dass du aufwachst und am liebsten, wirklich am allerliebsten sofort etwas essen möchtest. Das ist dann aber auch erstmal wieder verboten. Du musst nämlich noch ein bisschen warten, bis dein Bauch auch wieder ganz wach ist und du das Essen gut vertragen kannst. Ab wann du dann wieder etwas essen darfst, das sagen dir die Ärztinnen und Ärzte. Tęde. 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 Vielen Dank.